Wenn du gekündigt hast und eine Abschieds-Mail an deine Kollegen verschickst, dann schreib nicht. Ab morgen bin ich nicht mehr im Unternehmen tätig. Ich wünsche euch alles Gute. Damit verpasst du eine riesige Chance, einfach nochmal positiven Eindruck zu hinterlassen und natürlich auch künftig wertvolle Beziehungen aufrechtzuerhalten. Schreib also deswegen. Kommenden Donnerstag steht mein letzter Arbeitstag an. Ich wollte mich auf diesem Weg nochmal bei allen für die erfolgreiche und harmonische Zusammenarbeit bedanken. In Zukunft wird Herr Neuer meinen Aufgabenbereich übernehmen. Ich freue mich, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben und uns dazu auf Xing vernetzen. Ich freue mich, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben.